Musik Hey Nachbarn, hallo zum Examen! So, plong, das ist Piet. Piet hat in 20 Tagen sein großes Abschlussexamen. Er muss studieren, aber es gibt viele Dinge, die ihn ablenken können. Du kannst, wenn du möchtest, Piet davon abhalten, ein cooles Examen zu bekommen. Start! So, vier Actions left. Was machen wir denn jetzt? Ähm, next day, Gitarre, Telefon, Bier, was ist das hier? Bier, geil. Kumpel, Interest gilt 0, find a new video game, entertain, three Actions, äh, hey man, I found new video games, you're gonna like them, wirst sie mögen. Ja, Gitarre gilt 1, Interest 2, make Pete practice, jawohl. Ja, ich werde besser darin. One Action left, nochmal. 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 Wir können nichts mehr machen. Okay, nächster Tag. Guck mal, Examen. Äh, wo haben wir denn Distraction? Huch, was ist jetzt passiert? Äh, Videogames. Fünf Games haben wir. Äh, was ein geiles Videospiel. Ich glaube nicht, dass ich heute spielen werde. Oh, opala. Okay, nochmal Gitarre? Oder Bierchen? Oder nochmal, was haben wir hier? Fernseher. Fernseher gucken. Yeah. Oh, wie der da rausspratzt. Geil. Und nochmal Gitarre. Vier gilt. Ach du Scheiße, ey. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Wow. Next day. In 17 Tagen ist das große Examen. Wir spielen Videospiele. Yeah. Und direkt nochmal. Yeah. Das war's auch schon. Äh, nächster Tag. So, was haben wir hier? Was macht denn das? Boost, add boost. Und noch ein. Yeah. Zack. Und das Ding ist rappelvoll. Da hab ich euch hier. Nächster Tag. Zack. So, lauen wir nochmal mit dem... Yeah. Let's party. Geil. Äh, one action left. Dann war mal Gitarre. Äh, und das war's auch schon wieder. Oh, oh, nur noch zwei Wochen. Äh, was können wir jetzt? Anita drückt auf das Gitarre. Why I'm drinking so much, it's ruining my life. What? Counter good resolution, was? Äh. Puh. Ja, wir können es nicht wegwerfen. Was soll ich ansonsten trinken? Zack. Gitarre. Oh, kann ich nicht wegschmeißen. Komm, machen wir noch eine... Fremmern drin. Boost, vier Stück machen wir hier. Zack. Next day. 13 Tage. Hey, Babybrother. Äh. Äh. Was? Nein, der kann sich nicht die Spiele... Nein. Fuck. Müssen wir neue finden. Ja, geil. Direkt auch zocken hier. Yeah. Choo, choo. Bing, 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 bing. So, wir müssen unbedingt... Nein, nicht die Gitarre wegschmeißen. So, und... Wir brauchen... Mehr Boost. Yeah. Können wir noch was machen? Nochmal Gitarre? Baa, bau, 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 bau. Distraction 2. So, nicht so viel. Der war es auch schon. Scheiße. Okay, ähm... Elf Tage. I go on like this. Dann werde ich... Wenn ich es weitermache, werde ich meinen Wexamen... Äh... Verkacken. Ich werde kein guter Rockstar. Und ich kann mit meinem... Guten Buddy hier... Wenn er da ist, nicht... Äh... Äh... Ja, ich kann nicht rausschmeißen. Die Gitarre kann ich auch nicht wegschmeißen. Wir brauchen einen neuen Boost. Wie viel haben wir jetzt da drin? Äh... Vier Stück, das reicht erst mal. Und... Baa, bau, 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 bau. Miau. Yeah. Nein. Hallo. Yeah. Er ist mal schön besaufen. Nächster Tag. Der Don... Was? Was? Er hat... Er hat seinen Kabelkanal... Äh... 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 Abschalten lassen. Und... Er will... Äh... Den Soft wegschmeißen. So, was spinnt der? Oh, wir haben nicht mehr viel Boost. Wir brauchen mehr Boost hier. Zack. Zack. Immer mehr und mehr Bier. Aber die Gitarre krimm, krimm ich nicht mehr gemakst, ey. Scheiße. Hey, Mom. Natürlich studiere ich für mein Examen. Äh... Ich weiß, dass es wichtig ist. Ja, ja. Okay, tschüss. Sie hat recht. Ich sollte das was ernster nehmen. Oh, scheiße. Ich brauche... Äh... Entertainen. Yeah! Wuhu! Shit. Er ist nicht distracted. Er ist nicht abgelenkt. Ähm... Was? So ein Quatsch. So, direkt eine neue reingehauen. Und... Ähm... Warum ist der denn hier so... Distraction 7? Ja, das ist schon mal sehr gut. Und... Ah, ich kann nicht mehr lernen. Kacke. Also, keine Gitarre lernen. Äh... So ein Quatsch. Komm, hier. Ich gebe erst mal ein Bier hinter die Binde. Dann geht es hier besser. So, und hier, Kollege. Zack. Und... Äh... Distraction 2. Äh... Das ist nicht so viel. Äh... Aber ich will ja Rockstar werden. Ach, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Komm. Hier. Oh, ich hab nichts mehr. Scheiße. Okay. Äh... Nein, nicht die Konsole wegschmeißen. Was? Alter. Erstmal... Dit. Dann... Hier. Die Konsole wegschmeißen. Der spinnt doch, ey. So, und... Oh, wir haben nur noch ein Action left. Scheiße. Schnell noch ein... Dings rein. Vier Tage. Nein! Nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, hat sein Kumpel raushmissen. Hat den Alkohol weggepackt. Na, dann können wir jetzt doch... Sollen wir Videospiele spielen oder sollen wir Gitarre? Ähm... Interest 2. Games 2. Na, komm, spielen wir. Piu, piu, piu. Oh, oh. Let's face it. Äh, ich werde nie ein toller Rockstar sein. So ein Quatsch. Ich werde ein richtig guter Rockstar sein, Mann, hier. Eins hab ich noch. Scheiße. Äh... Hier, komm, fass voll. Nein! Er hat die Gitarre verkauft. Scheiße. Nein, die Konsole will er auch wegschmeißen. Alter, behalt die. Nein! Wir können nichts mehr tun. So. Ja, nach... Einen Tag hat er noch. Versuch's mal. Und... Oh, ho, 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 ho. Ui! Na, versuchen wir das direkt nochmal. Als erstes... Ba, 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 da... De, 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 de... Wir werden jetzt Rockstar. Eins. Ba, 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 da... Zwei. Drei. Und eine Flasche dazu. Zack. So, das läuft doch schon mal richtig gut. Nein, brauchst du nicht. Wir studieren heute Gitarre. Die, 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 die. Und nochmal. Das wird jetzt die 3 plus 1 Taktik. Und noch ein Flashchen dazu. Und zack. Komm, der Kumpel ist schon halb verblasst hier. De, 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 de. Jetzt wird es die 2 plus 2 Taktik. Und zack. Und das war's schon. Komm, wir haben schon die Hälfte geschafft hier vom... Oh Gott, der hat schon den Kumpel... Alter, der hat schon alles weggeschmissen. Nein. Counter good resolutions. Oh, fuck. 4 haben wir noch. Practice. Komm hier, die Hälfte ist schon geschafft, Alter. So. Wie vernünftig der hier worden ist. Nein, der Alkohol ist weg. Nein. Nein. Kann doch nicht sein. Shit, shit, shit. Nein. Ach, Mist. Alter, willst du mich verarschen? Okay. Als erstes spielen wir Gitarre. Dann spielen wir noch mal Gitarre. Dann spielen wir Video-Interest-Videogames. Next day. Okay, so. Nein, musst du nicht. Party! So, müssen wir kurz das Mikro hier ändern. Ups, also. Und ein Fläschchen dazu. Zack. So, dem geht's ganz gut. Da können wir einmal Gitarre spielen. Ba, ba, ba. So, 3 actions left. Distraction. Oh. Entertain. Nochmal Party! Geht so ab, Alter. Distraction Zero. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Na komm, wir besaufen uns. Okay. Zack. Nein! Kacke. Ich hab vergessen, Fernsehen zu gucken. Okay. So, ein Fläschchen dazu. Und nochmal. Video-Games. Diesmal schaffen wir's. Diesmal verkacken. Och, jetzt klaut der wieder hier die Games, ey. Kacke. Ja, würd ich sagen. Trainieren wir nochmal. Finden neue Video-Games. Und hauen noch ein Fläschchen da rein. So. Ja, bla, 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 bla. Scheiße. Ähm, ähm, wir müssen uns irgendwie ablenken. Äh, äh, Interess gilt, ähm, puh, ähm, besaufen. Hahaha. Nein! Nein! Er hat die Konsole weggegeben. Nein, nicht, nicht rausschmeißen. Alter, du kannst hin... Nein! Nein! Ah, das geht ja voll in die Hose, ey. Nein! Und weg ist er! So eine Kacke. Komm, hier, Fläschchen rein. Ba, 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 ba. Hey, Jess. Wie geht's dir? Du studierst? Äh, du lernst? Ja, mach ich auch. Äh. Äh, äh, äh. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, was machen wir denn jetzt hier? Ein Fläschchen rein. Und... Ba, 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 ba. Ich hab nix mehr zum Ablenken, ey. Ich kacke. Ich hab nicht mal den Fernseher. Scheiße, ey. So, nochmal den hier. Ba, 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 ba. Vielleicht schaffen wir ja diesmal, äh, dass wir Rockstar werden. Ich hab nix mehr zum Ablenken, Leute, ey. Nein, die Gitarre ist weg. Scheiße. Ach. Das wird doch wieder ne jute Note. Ja, bla, bla, komm, hier, noch und... Aber das war's auch schon. Au, kacke, 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 kacke. Gleich ist er alt weg. Nein, tut's nicht. Depp. So. Nein, jetzt lernt er wirklich. Scheiße. Ach, Mann. Ja. Okay. Ähm, wie viel haben wir da drin? Wir haben ein Flächelchen. Dann machen wir noch eins dazu. Wir machen einmal dit. Wir gucken einmal fernsehen. Eins haben wir noch, da können wir nix mehr machen. Dann machen wir... Machen wir noch ein Flächchen oder machen wir... Ne, komm hier. Zack. So. Letzter Versuch jetzt. Letzter Versuch. Ja, ne, musst du nicht. Distraction 3. Das ist nicht viel, ne? Piu, 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 piu. So, machen wir dit. Hier haben wir... Nen Rutschiwi. Hm, sehr gut. Und nochmal trainieren. Du, 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 du. Ich will Rockstar werden. So, was machen wir denn jetzt? Machen wir da hier ein... Mit noch ein Flächchen dazu. Wir... Ja, komm und entertainen. Yeah man, it's party. Okay. Okay, dem geht's ganz gut. Jetzt machen wir... Was machen wir denn jetzt? Nochmal Fernsehen. So, nochmal Videogames. Alles gleichzeitig. Und hier haben wir drin. Wir haben drei Flächchen drin. Dann können wir nochmal Gitarre spielen. Äh, should get rid of the console. Was? So, dann direkt ein Flächchen dazu. Und dann gucken wir nochmal Fernsehen. Und spielen noch. La 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 la. Today I'm studying. Let's face it. Ich will nie einen toller Rockstar. So ein Quatsch. Das nimmst du lieber einen. Dann direkt mal hier. De, 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 de. Oh, was machen wir denn jetzt? Machen wir den... Mh... Na, wir haben nur noch zwei Battles. Das ist nicht viel. Juju, 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 Juju. Videospiel sind immer gut. Müssen wir wieder Fernsehen gucken. Nein, der will ja beides wegkippen. Alter, ey. Shit. Komm, bisschen trainieren. Und noch ein Flächchen da rein. Oh, Mann, oh, Mann. Das läuft gar nicht gut. Das läuft gar nicht gut. Der wird vernünftig. Hallo? Wenn du denkst, dein Leben wird durch die Sucht zerstört, musst du einfach mehr saufen. So, zack. Und noch ein Flächchen und noch ein Flächchen. Und... Uh, Watch TV oder... Ja, der muss ein bisschen abgelenkt werden, so. So, das läuft doch gar nicht so schlecht. Nein! Kacke. Zack. Und... Flächchen rein. Zack. Und gegen... Die guten Willen einen saufen. So. Au, Kacke. Halb durch und... Nein! Alter. Flächchen rein. Flächchen rein. Eindäckigen saufen. Und... Uuuuuh. Shit, 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 shit. Watch TV. Das läuft gar nicht gut. Das läuft... Nein! So, als erstes... Ed Booth. Entertain! Wow, let's party! Oh, fuck, fuck. Nein, jetzt wird er den TV los. Scheiße! Äh... Ach... Alter, du kannst doch... Du kannst doch nicht... Alter! Wah, wah, wah... Oh, du kannst doch nicht hier... Der Fernseher... Ist doch noch da der Fernseher. Aber... Ach, ich kann nicht mehr zocken. Alter, scheiße. So, noch ein Flächchen rein. Nein, er hat ihn rausgeschmissen. Alter, alter. Jetzt wird er wieder hier... Oh, nein! Shit! Nein! Er hat den Suf weggeschmissen. Hat ihr bitte nicht, ey. Ach, und jetzt lernt er wieder. Ach, komm. Wir werden wie Rockstar scheiße. Ach. Äh. Und? Und? Naja. Mittelmaß. Okay, Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.